Willkommen zurück zu Folge 10 von Vampire's Dawn 3, was bisher geschah. Aska baut seine Vampirarmee sukzessive mit frechen Vampirfrüchtchen auf und opfert so gleich einen davon in der Halle der Opferung. Dann geht es zurück nach Ediril, um all die Quests einzusammeln, die ich liegen gelassen habe. Ups. Da wäre einerseits der Vampir Ilai, den wir beim Fachsimpeln über ein Ritual des Bösen belauschen. Wir finden ein Buch, das uns genau dieses Ritual genauer erklärt. Marix hingegen beklagt sich über einen Deserteur, ein Vampirmagier, der seinesgleichen zugunsten des Heiligen Kreuzzugs verraten hat und nun von unserer Party den Preis des Verrats zu spüren bekommen soll. In den Aktern wartet der Vampirkrieger Rasel nebst klapperndem Gefolge auf uns und beordert uns dazu, einen Spähposten des Kreuzzugs platt zu machen. Dann treffen wir auf den archetypischen Schnösel, denn der hochnäsige Lord Avarus möchte, dass wir uns nicht etwa im Schwertkampf, sondern in der Vampir-Etikette mit ihm duellieren. Hierzu müssen wir die Achtbände des Vampir-Knigge finden und auswendig lernen. Dann erfahren wir vom Vampir Shari auch noch von einem blutrünstigen Rennen, den man einen Diener durch einen mit tödlichen Fallen gespickten Parcours schicken muss. Dafür winken dem Gebieter, in dem Fall also Aska, also uns, fette Gewinne. Last but definitely not least erschließen wir uns auch noch unsere erste Silbermine und sind nun wieder mit einer konstanten Geldquelle ausgestattet. Yay! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns in Linark. Diese Stadt habe ich in der letzten Folge ordentlich erkundet und einige Sidequests akquiriert. Genau darum wollen wir uns auch in dieser Folge zunächst kümmern. Und zwar erst einmal, ich habe elf Quests offen, unter anderem die Hauptgeschichte. Da muss ich zum Gasthaus in Linark. Das mache ich erstmal noch nicht. Ich kümmere mich erstmal um ein paar Sidequests. Daher weiß ich nicht, ob ich dazu heute kommen werde. Erst einmal steht auf dem Speiseplan das Speerlager, weil dafür braucht man Level 5. Das habe ich überschritten. Ist in der Nähe von Linark. Der Heilige Kreuzburg hat südlich von Linark ein Lager aufgeschlagen und scheint eine Bedrohung für die örtlichen Vampire zu sein. Daher muss ich alle Speer mal töten. Ansonsten der Reiz des Unbekannten. Das ist dieser blutige Beutel mit dem unbekannten Inhalt. Den muss ich nach Schloss Farien bringen. Ich würde sagen, wenn wir in Schloss Farien sind, dann erkunde ich das direkt auch. Und ansonsten ist hier in der Nähe auch noch das Blutrennen zu absolvieren. Na, da haben wir doch eine ganze Menge zu tun. Ja, erst einmal, es hat wieder ein paar Tage gedauert, bis die nächste Folge kam. Ich verspreche euch, das wird jetzt nicht üblich, dass ihr so lange auf Folgen warten müsst. Nur der Sommereinbruch in der Intensität hat auch mich überrascht. Und da es in meiner Bude bis zu 32 Grad wurde, also wirklich in dem Zimmer, ich habe so eine Messstation hier, habe ich relativ wenig Interesse gehabt, mich vor Vampire Stone zu setzen und euch neue Folgen zu kredenzen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Wir befinden uns jetzt auf jeden Fall in diesem angesprochenen Wald und hier scheinen auch schon die ersten Soldaten zu sein. Wahrscheinlich muss ich sie alle der Reihe nach umnieten und da will ich mal gucken, ob das gelingt. Das ist ja spannend. Wir haben hier eine maskierte Gestalt, beziehungsweise eine verhüllte Gestalt. Ich weiß nicht, was der oder diejenige tut. Ein Weiser. Hier kann man ja ordentlich Leute kaputt hauen. Wir haben ja auch eine Party bestehend aus fünf Party-Mitgliedern. Das ist eine ganze Menge und ich würde sagen, da kriegen wir diesen Kampf auch mit erledigt. Ich versuche es mal mit dem Schattenstrahl, aber erst einmal der Magie-Fokus. Sehr schön. Das hat funktioniert. Wir machen mal den Schattenstrahl. Elaine kann währenddessen den Feuerball machen. Ich hoffe, sie hat noch Magie-Fokus. Hat sie auf den Weisen. Selene hat sehr feste Adern, aber vor allem haut sie auch mal auf den Weisen drauf. Der scheint mir nämlich derjenige zu sein, der irgendwie... Den Gegnertyp kenne ich nicht. Wenn er den Soldaten beispielsweise heilt, ist das nicht etwas, was ich besonders gut finde. Blutschnitt finde ich wiederum sehr gut. 759, okay. Verstehe. Relativ große Laufkundschaft. Gut, liegt auch daran, das ist eine Story oder eine Quest für Level 5. Ich würde sagen, das machen wir ab jetzt durch progressives Draufkloppen. Jetzt hätte ich gerne so eine Fähigkeit mit Geheimgang erspähen, aber das bekomme ich wohl erst später. Oh, da sind ja eine ganze Menge. Wie konnte das nur passieren? Ich weiß nicht, ob wir die Wunde gehalt bekommen. Verdammte Vampire. Es wird Zeit, dass wir ganz linnack ausreichern. Ich hoffe, dass die Unterstützung aus Burg Horan in Kürze hier eintrifft. Ja. Sieht eher so aus, als sei da gerade euer Verderben gekommen. Ich habe gute Nachrichten. Eure Unterstützung ist da. Verflucht! Die Vampire haben uns gefunden. Macht euch bereit! In dieser schwächlichen Gruppe Soldaten hätte der Kerl in Linnack Angst. Vernichtet diese Monster. Mein Wunder, dass diese Soldaten überhaupt so lange hier überleben konnten. Na los, bringen wir diese Würmer unter die Erde. Ah, okay. Aus Versehen schon in den Bosskampf reingeschlittert. Das ist die Soldatin und die beiden Soldaten. Sie sehen absolut identisch aus. Auch hier ist, glaube ich, nicht wehgetan, ein bisschen Variation in das Sprite-Sight hereinzubringen. Aber wir wollen uns mal nicht beklagen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal wirklich Folgendes. Wir hauen einfach mal drauf. Hier sind meine Blutwunde ein bisschen zu schade und die scheinen ja nicht besonders hochqualitativ zu sein, diese Gegner. Deswegen kann man hier jetzt einfach mal sehr, sehr dämlich draufkloppen wie so ein Irrer. Na gut, 322. Ich verstehe. Sie haut mehr drauf. Boah! Sie hat eine sehr hohe Ausweichrate, wie es scheint. Ja, aber wirklich nichts. Blutiger Schnitt. Oi, 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 oi. Asuka blutet. Aber in der nächsten Runde, wenn sie denn mal treffen, sollte das ja eigentlich fast schon erledigt sein. Sehr schön. Und jetzt war's das bereits. Und es gibt schwache Seelen. Das ging schnell. Und wieder wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Interessante Definition hier von Gerechtigkeit, lieber Asuka. Was denn für eine verdammte Gerechtigkeit? Atta, girl. Meine. Stelle gefälligst nicht ständig meinen Geliebten in Frage Miststück. Wenn du nur ein bisschen Verstand hättest, würdest du das auch tun. Wie kannst du es wagen? Ruhe jetzt. Wir sollten nach Lena zurückkehren und unsere Belohnung einfordern. Bist du stolz auf deinen Auftragsmord, Asuka? Wir brauchen jetzt jeden wertvollen Gegenstand, den wir bekommen können, Elaine. Und im Gegensatz zu dir habe ich keine Probleme damit, meine Hände schmutzig zu machen. Blutig, meinst du wohl? Ein bisschen mehr Elan für unsere Sache könnte auch dir nicht schaden, Elaine. Ein verwundeter Soldat? Der Kerl hat vermutlich nicht mehr lange zu leben. Die Wunde sieht tief aus. Also, ich würde sagen, das ist so eine klassische Sache. Wenn ich, wie ich spielen würde, würde ich ihn natürlich erlösen. Aber ich spiele ja wie Asuka, deswegen Soldat weiter leiden lassen. Das Schwein soll ruhig noch weiter leiden, bis er friert oder verblutet. Niemand liegt sich mit uns an. Weil das sicher nicht mehr lange dauern wird. Und jetzt zurück nach Lenak. Unsere Aufgabe hier ist erledigt. Menschlichkeit gesunken. Ja. Also ich meine, aber anders gesagt. Ist es nicht, es wäre doch eine ziemlich, na, wie liegt es sich da im eigenen Blut? Eigentlich habe ich diesen Menschen viel zu wenig leiden lassen. Siehst du, es war in Askas Sicht, also wenn ich Aska spiele, die richtige Entscheidung. Aber warum gibt es nicht die dritte Option, den in einen Vampir zu verwandeln? Denn so wie ich das verstehe, ist Vampirverwandlung ein adäquates Mittel, um sozusagen regenerative Kräfte freizusetzen. Es wäre doch eigentlich am Aska-likesten, wenn er diesen Söldner bekehrt hätte und beherrscht hätte und für seine eigenen Zwecke missbraucht hätte. Oder etwa nicht. Naja, wir müssen auf jeden Fall, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter und zerhacken mal hier die ganze Bagage, die sich hier befindet. Uiuiui, das ist auch irgendwie, naja, mal sehen. 791 Heilung. Ich wusste doch, dass der sich heilen kann. Hilft nur leider nix, denn jetzt fünf kompetente Mörder sind auf dem Weg, sie mit diversen Fiesheiten in der Mitte zerplatzen zu lassen. So schaut's aus. Ja, Falle? Oh, ha, 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 ha. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nicht wirklich viel zu tun, außer dieselben zwei Gegnertypen immer wieder zum Zerbersten zu bringen. Ich gucke mal, was es hier sonst so gibt. Der hält aber irgendwie jetzt mehr aus. Genau, also der Weise scheint der Heilung fähig zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das aber auch sonst eine besonders große Herausforderung ist. Ich weiß, ich habe es auf leicht gestellt. Das kann ich mal überlegen, das zu revidieren. Aber ich habe, wie gesagt, relativ Respekt davor, weil viele von euch mir geschrieben haben, dass sich die Kämpfe, insbesondere die Random Encounter zu einem späteren Zeitpunkt, relativ stark in die Länge ziehen. Auch hier kann es sein, dass ich ein Item liegen gelassen habe. Das werde ich dann zu einem späteren Zeitpunkt womöglich in einem Stream auch nochmal erkunden, was denn da alles... Ja, wie soll ich es ausdrücken? Was denn da so alles auf mich, was ich alles habe, links liegen lassen, den ganzen optionalen Content euch noch nachträglich zu liefern. Und ja, einige von euch haben auch gefragt, gerade was meinen Twitch-Account anbelangt, wann ich mal wieder streame. Im Moment ist es so, dass ich jede freie Minute, und es sind in letzter Zeit wirklich nicht viele, damit verbringe, neuen Vampire-Stone-Content zu machen. Daher seht es mir nach, wenn auf meinem Twitch-Profil nicht allzu viel los ist, das werde ich dann nachholen, wenn ich mal wieder im Saft bin. Es dauert leider ein bisschen, beziehungsweise in den letzten Tagen war ich in meinem eigenen Saft, und zwar in meinem Körpersaft. Klingt jetzt irgendwie unappetitlich, liegt aber einfach daran, ich habe es erwähnt, 32 Grad hier vor dem Rechner. Das ist für meinen Kälte-Affinen... Ich bin so wie Aska. Ich bin eher so die Kälte gewohnt. Reden wir mal mit ihm. Konnte dir das Lager schon zerstören? Es gab ein nettes kleines Massaker. Sie haben wie Schweinchen gequiekt, als meine Klinge ihre Körper durchbohrte. Hervorragend. Damit haben wir dem Heiligen Kreuz sogar einen mächtigen Schlag verpasst. Wir? Ja, ich als euer Auftraggeber habe den maßgeblichen Anteil an diesem Angriff gehabt. Aber danke, dass ihr auch einen kleinen Beitrag geleistet habt. Hier ist eure Belohnung. Meridos-Rüstung erhalten. 7.150 Erfahrungspunkte erhalten. Damit befinde ich mich auf Level 14. Es geht wirklich schnell. Und dann gucken wir mal, mal gucken, ob es auch im... Ja, geht auch im Ausrüstungsmenü. Am nötigsten hat die Rüstung im Moment die gute Alain. Die ist relativ ungut ausgerüstet. Deswegen bekommt sie die Meridos-Rüstung. Immunität gegen Gift und Blindheit. Ah, okay, das macht nur magische Abwehr stärker. Okay, das heißt, da ist sie vielleicht doch nicht die richtige Rezipientin für. Denn, ja, genau, sie hat die wenigste magische Abwehr. Damit habe ich sie ein wenig verstärkt. Das ist jetzt nicht unbedingt das beste und stärkste Mittel. Ich würde sagen, ich mache mal folgendes. Und zwar, es gibt ja dieses Diener-Rennen jetzt. Das Vampir-Rennen, das ist die nächste Quest, mit der ich mich jetzt beschäftige. Das Blutrennen, so heißt es. Ein Vampir namens Shari hat euch von den Blutrennen im Wald nordöstlich von Lena Gazette. Geht mit einem Vampir-Diener dort dahin. Ich habe die Kriegerin-Vampir in Klammern beherrscht. Die Gute darf sich mal im Vampir-Rennen messen. Was ich aber tun werde, ich werde mal speichern. Ich habe relativ wenig Lust daran, diese Charaktere mir ständig neu zu machen. Und ihr seht, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Ich habe sie gebackupt, keine Sorge, es gibt sie noch. Die Musik ist überraschend groovy für Vampire's Dawn und Jazzy. Reden. Hoi! Ah, willkommen, willkommen. Ihr seht aus, als werdet ihr gut betucht und gewillt, an den Rennen teilzunehmen. Wie laufen diese Rennen ab? Nun ist es relativ einfach. Ihr zahlt eine Startgebühr und schickt einen Vampir-Diener ins Rennen. Ihr selbst dürft nicht teilnehmen, das wäre ja zu einfach. Und auch nicht besonders spannend. Denn schließlich geht es hier um Leben oder Tod. Und ein toter, reicher Vampir bringt mir kein Geld. Also schickt ihr einen Vampir-Diener ins Rennen. Er muss schnellstmöglich eine mit Fallen und Feinden bestückte Strecke entlanglaufen. Die Idee dieser Fallen ist absolut tödlich. Ihr setzt also eine gewisse Summe Fehler darauf, dass euer Vampir-Diener lebend und mit ausreichender Geschwindigkeit an das Ende der Strecke gelangt. Ihr durchlauft, gibt es eine maximale Zeitspanne, in der euer Vampir-Diener im Ziel angekommen sein muss. Sollte er in den Fallen sterben, ist euer Einsatz verloren und ich behalte euren Einsatz ein. Das klingt nach einer unterhaltsamen Angelegenheit. Da willst du nicht wirklich mitmachen, Asker. Also genau genommen macht er nur meinen Diener mit. Hey, ganz genau. Also wenn ihr mitmachen wollt, kommt mit einem Vampir-Diener und sprecht mich erneut an. Am Vampir-Magier oder Vampir-Krieger ist dabei egal. Pro Gewinnstufe müsst ihr übrigens nur einmal bezahlen. Sollte er dann Vampir-Diener sterben, könnt ihr in der gleichen Gewinnstufe beliebig viele weitere Vampir-Diener in den Tod ins Rennen schicken. Das ist ja super. Wer ist er? Er sieht japanisch aus. So ein bisschen wie so ein japanischer, äh, ja sag ich mal, Shonen-Anime-Held, der so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Die Frisur ist noch da, aber ergraut und er hat Stoppeln schlecht rasiert. Ne, irgendwie auch nicht gut geschlafen, so sieht ein bisschen müde aus. Ja, da gibt es kein Durchkommen, ich lasse nur die Vampir-Diener durch, nachdem sie das Rennen beendet haben. Ich gehe, wohin ich will, verstanden. Und wenn ihr kein Interesse mehr an den Rennen habt, bitteschön. Schon gut, ich wollte dir nur meinen Standpunkt deutlich machen. Ja, Asuka aus dem Debattier-Club. Na komm, das machen wir doch, gewinnen wir jetzt. Ich bin super darin. Da seid ihr wieder, sehr schön. Und ihr habt einen geeigneten Vampir-Diener dabei. Seid ihr bereit für das Rennen? Wie hoch ist der Einsatz? Euer Einsatz beträgt 3000 Fehler. Wollen wir beginnen? Na komm, sehr schön, dann beginnen wir das Rennen. Ich weiß nicht, was ich zu erwarten habe. Euer Vampir-Diener muss das Ziel in weniger als drei Minuten erreichen, ansonsten verliert ihr euren Einsatz. Solltet ihr die Zeit ablaufen, muss euer der Vampir-Diener aber noch immer lebend ins Ziel kommen, um das Rennen zu beenden. Diese Rennen gehen schließlich immer um Leben und Tod. Ein wenig Spannung muss sein. Viel Glück. Wo sehe ich die Fallen denn? Ah ja, verstehe. Äh, was mache ich denn hier? Wupp. Wie Geduld. So ein bisschen hier. Ich renne einfach durch. Oje, das jetzt natürlich... Wupp. Schön, dass ich immer Rennen auf Anhabe. Guck mal, hier eine Schatztruhe. Diese Truhe kann während eines Rennens nicht geöffnet werden. Was soll der Scheiß denn? Hier gibt es zwei Wege scheinbar. Ich nehme die Flammen. Ja, so ein bisschen Geduld haben ist doch nicht verkehrt. Wupp. Nein, 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 nein. Waaah. Ich möchte keine Kämpfe haben, bitte. Wupp. Wupp. Hm, bisher läuft es gut. Besser als erwartet. Komm. So viel Geduld habe ich. Hätte ich geschafft. Diese Anspannung. Oh, jetzt gibt es Blut. Nee. Das schaffe ich beim nächsten Mal einfach durch. Wupp. Bisher läuft es wirklich gut. Aber diese Falle hier. Wart mal. Hä, wart mal. Ich bin irgendwie zu blöd jetzt gerade. Ja. Top. Kann ich dazwischen denn stehen? Ja, bin ich? Ich bin einfach mal fies. Das war aber jetzt fies, du. Ich würde sagen, das machen wir nochmal. So, da wären wir wieder. Also, ich finde ja, die Schwierigkeit ist, ich probiere jetzt mal was. Und zwar probiere ich mal zwischen die beiden Steine zu kommen. Das funktioniert. Sehr gut. Das Problem ist, die haben, glaube ich, eine ganz leicht unterschiedliche Geschwindigkeit. Und das finde ich ein wenig fies. Aber bisher klappt es. Das ist jetzt nicht so die riesige Herausforderung. Hierzwischen kann ich mich auch bewegen. Wenn ich das denn möchte. Ja. Ja. So. Ah, das klappt doch. Easy. Ich habe noch eine Minute 13. Läuft. Ha. Ich glaube, ich bin durch. Gratulation. Eure neuer Vampirdiener hat es innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters geschafft. Als Belohnung für euer erstes erfolgreich abgeschlossenes Rennen erhaltet ihr dies. Blutruhne. Eterhalskette. Toll. 880 Erfahrungspunkte. Sprecht mich wieder an, wenn ihr ein weiteres Rennen durchführen wollt. Na sieh. Das machen wir natürlich. Ja, es tut mir leid, dass ich hier so fies gecheatet habe. Aber ich gucke sie euch an, die Vampirkriegerin. Die sich jetzt in der Reihenfolge, sie ist so gut, sie hat sich in der Reihenfolge auch nach vorne gearbeitet. Das heißt, sie ist jetzt befördert worden über Alaynes Lenn und den Werwolf und ist an Rang 2. Ist die Frage, machen wir die anderen auch noch? Da seid ihr wieder. Sehr schön. Und ihr habt einen geeigneten Vampirdiener dabei. Seid ihr bereit für das Rennen? Wie hoch ist der Einsatz? Der Einsatz beträgt 7000 Fehler. Wollen wir beginnen? Mache ich das jetzt noch? Ne, komm. Wir müssen uns das ein bisschen aufteilen, finde ich. Indem wir natürlich jetzt auch die Möglichkeit haben. So, Moment. Erstmal auf die Karte gucken. Wo ist das M? Hier ist das M. Wir gehen jetzt nach Schloss Farin. Ja, genau. Also wir werden uns das ein wenig aufteilen. Immer so zu Anfang der Folge so ein Rennen machen oder so. So ähnlich wie der Briefkasten. Ist doch nicht verkehrt. Natürlich, erstmal wird drumherum erkundet. Ihr kennt das inzwischen. Da sieht man ja zum Beispiel sowas hier. 53 Fehler. Wichtig. Die Investition in unsere Zukunft. Durch ständiges... Das ist ja interessant. Warum haben sie das Schild da trappiert? Ist doch irgendwie vollkommen sinnlos. Das sieht man doch von oben gar nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall sehe ich hier schon ordentlich Vampire auf den Zinnen. Die Ausschau halten nach so fiesen Möppen, wie das Asuka einer ist. Es lohnt sich. Also es lohnt sich eigentlich immer da rum zu gehen. Lass mich raten. Jetzt den in der Mitte, den ich nicht... Ne doch. Den ich nicht angesprochen habe. Die niedlichen Häschen hier. Die sind mir schon ein paar Mal aufgefallen. Ich habe sie, glaube ich, nie erwähnt. Hier steht ein Sportsfreund. Glaubt ihr, wir werden den Heiligen Kreuzzug bald besiegt haben? Er sollte den Kreuzzug jedenfalls nicht unterschätzen. Seine Soldaten sind hervorragend ausgebildet und eine riesige Bedrohung. Dann müssen wir noch stärker trainieren. Normalerweise ist ein Vampir einem Menschen in Sachen Stärke und Geschwindigkeit deutlich überlegen. Doch bezüglich Kampftaktik und organisiertem Vorgehen ist der Heilige Kreuzzug einen großen Vorspann. Wer auch immer den Kreuzzug anführt, weiß sehr gut über Vampire und ihre Schwächen Bescheid. Wer immer den Kreuzzug anführt, wird bald sterben. So ist es, Geliebter. Wir finden das Spoof und dann wird sich zeigen, wer am Ende wen vernichtet. Ähm, ja, ich gehe noch mal lieber weiter und halte nach dem Heiligen Kreuzzug auf Schaum. Bisschen düpiert, der gute Askar. Er steht mal nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit dieses Herren. Halt! Wer seid ihr? Du erkennst mich nicht. Nein, sollte ich. Also entweder das ist so seine Kinn-Mode oder es ist da bisher der erste Vampir mit Doppelkinn. Ich finde ja, hier so ein Kind und da hat er hier noch was. Ja. Hm. Wir sind eigentlich eher zufällig hier vorbeigeflogen. Was ist das für eine Burg? Nun, wir bezeichnen dies als Schloss. Schloss Farin, um genau zu sein. Sieht mir eher nach einer Festung aus, weniger nach einem Schloss. Das ist wohl wahr, aber unsere Anführer haben beschlossen, das Schloss angemessener klingt und mehr freiwillige Vampire herlockt. Bitte sie uns dann als Rekruten anschließen, wenn sie erst einmal hier sind. Schloss Farin. Eine der größten Verteidigungsanlagen der Vampire gegen den Heiligen Kreuzzug. So ist es. Auch wenn dieser Krieg schon unzählige Opfer auf beiden Seiten gefordert hat, sind wir immer noch damit beschäftigt, mit unseren Soldaten den Heiligen Kreuzzug im Zaum zu halten. Habt ihr viele Vampire verloren? Vor einigen Jahren waren noch knapp 100 Vampire stationiert. Mit so vielen Vampiren konnten wir die meisten Truppen des Heiligen Kreuzzugs zumindest empfindlich schwächen. Und heute? Im Moment etwa 50. Viele Vampire sind unterwegs in der ganzen Welt, um Truppenbewegungen des Heiligen Kreuzzugs zu beobachten und gezielte Angriffe durchzuführen. Da sind im Moment nicht allzu viele Vampirsoldaten hier. Ihr seht aus, als könntet ihr kämpfen. Wenn ihr euch als Rekruten melden wollt, um im Kampf gegen den Heiligen Kreuzzug zu helfen, meldet euch bei Syrakon. Er ist momentan unser Anführer und koordiniert unsere Einsätze. Syrakon? Na schön, da sollten wir mal mit diesem Vampir reden. Gut, der Heilige Kreuzzug scheint immer stärker zu werden. Wir können neue Rekruten gut gebrauchen. Dann schauen wir doch mal ab, wenn ich dabei helfen kann, diese Schweine zu vernichten. Das ist die richtige Einstellung. Dann tretet ein und schaut euch ruhig um. Syrakon befindet sich im Hauptgebäude. Es ist ein bisschen selten, dass sich Aska Befehle von wem anders entgegennimmt. Ich hätte jetzt eher erwartet nach dem Motto, wir haben zweimal einen gemeinsamen Feind, aber niemand sagt mir, was ich hier zu tun habe, denn ich bin Aska. Und ich habe Prioritäten im Leben. So, Aska, Seran, hier auf Schloss Farin. Du kennst mich also. Ihr habt mich erschaffen, Gebieter. Wobei, mein Gebieter seid ihr ja nun nicht mehr. Wäre jetzt nicht so, als wärst du eine der wütenden, abtrünnigen Vampirinnen, die Aska den Kopf abschlagen wollen. Nun, inzwischen ist mir hier auf Schloss Farin bewusst geworden, dass mein vampirisches Dasein das Beste ist, was mir auf der Welt hier passieren konnte und dass meine Aufgabe darin besteht, den heiligen Kreuzzug zu vernichten. Wie Aska mich zum Vampir gemacht hat, bin ich nicht wütend auf euch. Die Umstände eurer neuen Situation sind sicherlich ungünstig, doch am Ende ist meine Wut verflogen, da ich weiß, welches Geschenk der Vampirismus für mich ist. Da hast du vollkommen recht. Mein geliebter Aska hat viel mehr Lob für all seine Taten verdient. Ganz bestimmt nicht. Nun, wie wäre es dann, wenn du wieder an meiner Seite kämpfst? Nein, diese Zeiten sind vorbei, Aska. Ich habe hier meinen Platz gefunden. Bedauerlich. Ich hätte bestimmt eine passende Aufgabe für dich gehabt. Da ist ja vielleicht noch ein vierten Sarg. Trappieren. Und weil wir nicht mehr Seite an Seite kämpfen, haben wir doch das gleiche Ziel. Ich hoffe, ihr alle seid erfolgreich dabei, den heiligen Kreuzug zu bekämpfen. Diese Schweine gehören von der Welt getilgt. So ist es. Euch viel Erfolg dabei. Das ist doch mal eine schöne Konversation. Da geht einem doch mal das Herz auf. Der Feind meines Feindes und so weiter. Dann schauen wir mal. Hier haben wir ein paar Blutränke, hoffe ich. Oder sonst den Kram, den man sich hier einverleiben kann. Okay. Bist du Gats? Speicher ich mal? Nee, ich... Syrakon. Okay, aber was macht er in einem Itemladen? Okay. Ach, neue Rekruten. Holt euch eure Eisenwaffen aus dem Lager und dann ab ins Training. Rekruten? Sehen wir aus wie verdammte Rekruten. Seid ihr keine? Hm, mein Fehler. Aber ihr seht definitiv aus, als bräuchtet ihr noch Training, bevor ich euch auf eine Mission schicken kann. Wer sagt denn, dass wir das wollen? Ich habe keine Zeit für sinnloses Gerede. Wir stehen vor dem nächsten Angriff des Heiligen Kreuzzuges. Wenn ihr helfen wollt, seid ihr willkommen. Falls es nicht, versucht ihr besser den Weg nach draußen. Steht ein Angriff kurz bevor? Wir legen Informationen über einen Trupp Soldaten vor, der auf dem Weg hierher ist. Wir treffen bereits entsprechende Vorbereitungen zur Abwehr. Was plant ihr? Die Soldaten des Heiligen Kreuzzuges werden eine Klippe basieren, die sich perfekt für einen Hinterhalt durch uns eignet. Ein Steinschlag wird ihre Reihen schnell dezimieren. Moment, ihr wollt die Soldaten mit Steinen überrollen. Wir könnten durchaus noch etwas Unterstützung gebrauchen. Wäre ihr interessiert, ich könnte euch als Belohnung ein paar Besonderheiten aus unserem Lager geben. Moment, also für einen regulären Rekruten, die brauchen noch Training, aber diese ganz wichtige Mission, die einen Angriff des Heiligen Kreuzzuges vereitelt, damit kann man sie beauftragen. Aber sie brauchen noch Training und im direkten Gefecht sind sie nicht zu erledigen. Aber diese wichtige Aufgabe, die quasi präemptiv dafür sorgt, dass der Angriff auf das Schloss nicht passiert, der darf ihnen übergeben werden. Interessant, lieber Syrakon. Soldaten mit Steinserquetschen, das klingt unterhaltsam. Wir sind dabei. Sehr gut, Aska. Lass uns diese Schweine vernichten. Ich bin beschäftigt, daher entscheidet euch. Ich habe bereits einige Vampire an der Klippe postiert. Der Hinterhalt wird in Kürze beginnen. Wo befindet sich die Klippe? Ein Stück Sirt östlich von hier. Beeilt euch, wenn ihr uns unterstützen wollt. Wenn ihr zu spät kommt, könnt ihr die Belohnung vergessen. Dann machen wir uns gleich auf den Weg hinweg. Den Spaß möchte ich nicht verpassen. Dewey, though. So. Ah doch, ja. Nummer 5. Blutige Steine. Och ja, ist doch leicht. Level 5 finde ich irgendwie jetzt nicht unbedingt das krasseste. Ne, okay. Dann würde ich mal sagen, ich erkunde hier dieses Häusken. Und dann mache ich das einfach mal. Weil wir wollen ja... Es geht doch schnell hier. Brot. Krieg tut gut. Was Optimisten in schweren Zeiten zu erzählen haben. Kann man lesen, muss man aber nicht. Gilt übrigens für jedes Buch. Muss man nicht. Ja. Toll. Hier gibt es... Ich finde es sehr interessant, dass die hier noch Nahrungsmittel haben. Wenn das schon seit einigen Jahren von Vampiren beherrscht ist, wozu brauchen die das? Die können doch nichts mehr schmecken. Tariana. Oh. Ich muss aber sagen, dafür, dass die Vampirs, vielleicht irgendwie ein bisschen zu lang in der Sonne gewesen. So. Ein bisschen Brot angelaufen. Das ist ein ungesunder Tag. Hallo, Rekruten. Ich bin die Verantwortliche für die Blutversorgung. Wollt ihr ein paar Bluttränke kaufen? Ja, unbedingt. Sehr gut. Hier ist das, was ich euch verkaufen kann. Sie war immer excited. Das habt ihr, glaube ich, mitgekriegt. Ich gönne mir hier von Nummer drei Blutviolen. Blutflasche. Ja, tatsächlich ist die Blutflasche wieder besser als die Blutviole in puncto, oder? Ne, Moment. Das gibt 75 Punkte und das gibt nur 70 Punkte. Das heißt, eigentlich ist die ein bisschen besser. Ja, ein paar Blutflaschen tun aber auch nicht weh. Machen wir einfach mal. Perfekt. Achso, ich könnte die korrumpierte Rüstung mal verkaufen. Das mach ich. Weil dadurch hab ich dann ein bisschen mehr Fehler und vor allem auch... Verstehe. Äh, ein wenig, äh, mehr... Platz im Inventar. Das ist nicht verkehrt. Korrumpierte Rüstung bringt keine mehr weiter. Korrumpierten Helm bringt keinen mehr weiter. Der schillt ebenfalls nicht. Die korrumpierten Stiefel bringen niemanden weiter und das ebenfalls nicht. Genau, wenn schon, denn schon, dann alles Runen macht. Korrumpierter Säbel, nope. Eisensäbel 5. Ebenfalls nope. Und eine korrumpierte Vampirkralle braucht ebenfalls kein Mensch und ebenfalls kein Vampir. Wunderbar. Ich würde sagen, dann machen wir doch mal dieses Sidequest. Ich bin total begeistert. Und ich habe natürlich schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Wir schauen da mal rein. Südöstlich von Schloss Farin. Ja, wahrscheinlich, wenn ich das lasse, wird es mir sofort auf der Karte angezeigt. Aber da gehen wir mal auf Nummer sicher. Besonders gut geschützt ist die nicht. Es gibt hier irgendwie keinen Hofgraben oder Schlossgraben, besser gesagt. So schaut es auch jetzt nicht unbedingt im Tor, was zugeht. Flöschchen. Ein Lustschloss. Ja gut, das hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gebraucht. Ich speicher das mal. Wir haben ja Safe Games. Wir machen es einfach jetzt so, dass wir speichern. Ihr merkt das mit dem inflationären Speichern, das lohnt sich schon. Therion. Und wer seid ihr? Euer Anführer Syracon hat uns hergeschickt. Wir sollen euch unterstützen, einen Trupp des Heiligen Kreuzungs an der Klippe zu vernichten. Wenn das so ist, macht euch mit den Steinen vertraut, die wir an der Klippe vorbereitet haben. Vielleicht mal so dranpacken oder vielleicht Ohr dranhalten oder mal spüren. Achso, jetzt habe ich es nicht gelesen. Irgendwie Klippe vorrücken, etc. Wir sind hier, um dir aufzuhalten, bevor sie Schlossfahren erreichen. Nicht, dass wir besonders große Angst vor ihnen haben, aber eine bessere Gelegenheit. Einige von ihnen zu zerquetschen, bekommen wir so schnell nicht. Da sind wir in jedem Fall mit dabei. Wie viele Soldaten erwartet ihr? Die erste Truppe steht aus zehn Soldaten. Eure Aufgabe wird es sein, den ersten Trupp mit den Steinen hier zu erschlagen. Das klingt nach einer Menge Spaß. Die vorbereiteten Steine, die direkt an der Klippe stehen. Sobald der erste Trupp durch ist, kümmern wir uns um die Truppen, die noch folgen werden. Spricht mich wieder an, sobald der erste Trupp durch ist. Ich stelle euch danach ein Schreiben für Syracon mit Syracon-Volksquote aus, dann sollte er euch entsprechend belohnen. In Ordnung, legen wir los. Sehr gut, der erste Trupp sollte auch gleich da sein. Dann geht in Position. Hm, diese Steine also. Mal testen. Das sollte kein Problem darstellen, damit die Soldaten zu erschlagen. Da kommt der erste Soldat. Los Männer, weiter, bringen wir diese Klippe hinter uns, dann erreichen wir schon bald Schloss Farin. Die Klippe wird gleich sehr glitschig. Verstehe. Und Treffer. Bald kommt der nächste. Ich habe das Timing ein bisschen raus. Der ist ein bisschen schneller unterwegs. Boah, die rennen aber. Bisher läuft's. Oh, der ist sehr langsam unterwegs. Also ich verstehe, die Herausforderung ist, sicherzustellen, dass ich das richtige Timing ja habe. Bisher gelingt mir das. Ja, ich bin hochkonzentriert. Bisher habe ich es ganz gut drin. Ja, das war knapp. Schon ziemlich fies, wenn die hier so langjetten. Ich glaube einen noch, oder? Habe ich richtig gezählt? Das sollte der gesamte Trupp gewesen sein. Gut gezielt, Geliebter. Das waren eine Menge Treffer. Ich habe alle getroffen. Gekonntes gekonnt. Sprechen wir mit Therion, damit wir diesen Ort endlich verlassen können. Wartet, bitte helft mir. Mein Vater hat sich in der Nähe schwer verletzt. Bitte, Soldaten, er braucht eure Hilfe. Ich muss die Soldaten einholen, sonst wird Papa sterben. Was? Ein kleines Mädchen läuft an der Klippe den Soldaten hinterher? Da ist wohl jemand zur falschen Zeit am falschen Ort. Was soll das heißen, Asuka? Es ist nicht ein wunderbares Gefühl, so überleben und tot entscheiden zu können. Mal schauen, was das Schicksal heute für die Kleine bereithält. Ich bin unzufrieden mit dem Weg, den ich gewählt habe. Bringe ich das jetzt über das Herz? Also es wäre ja Asuka... Ich versuche mir das gerade schönzureden. Bitte erlaubt mir das. Es wäre ja Asuka-like, sie jetzt nicht einfach zu töten, sondern sie zu versklaven. Und ich möchte jetzt nicht am Anfang schon die Menschlichkeit... Ich lasse sie durch. Hilf mir! Nein, ich kriege das nicht... Also... Wie gesagt, ich rede mir das schön dadurch, dass ich sage, Asuka lässt dieses kleine Mädchen am Leben, da er sie in ein Vampir verwandeln möchte. Oder als Blutquelle snacken. Ich glaube, es wäre Asuka, aber ihr ein wenig Angst zu machen. Vielleicht. Mal sehen. Tja, heute war anscheinend ihr Glückstag. Nein, heute ist offenbar dein Glückstag. Gehen wir zu Tarion und holen uns unser Schreiben, dann kümmern wir uns endlich wieder um wichtigere Dinge. Menschlichkeit gestiegen. Zehnmal schwache Seele erhalten. Gute Arbeit. Zehn Soldaten konntet ihr zerquetschen. Gib mir einen Moment, dann schreibe ich meinen Bericht über euren Einsatz. Hier, bitteschön, geht damit zur Syrakon. Er wird euch dann eure Belohnung geben. Einsatzbereit. Dann zurück zum Schloss Farin. Je mehr ich drüber nachdenke, wie gesagt, ich rede mir das gerade schön, aber je mehr ich drüber nachdenke, was bringt es Asuka denn, dieses Mädchen zu zerstören. Wie gesagt, es wäre eher so, als würde er ihr auflauen und sie auf die böse Seite der Macht umfunktionieren. Das wäre eher Asuka. Aber er ist normalerweise jemand, der für seinen eigenen Zweck das Ganze macht. Und bisher hat Asuka des Tötens willen getötet. Er hatte ja eigentlich immer einen gewissen Zweck, den er verfolgt hat. Dies ist jetzt so meine Euphemisierung des Ganzen. Gut, zurück hier rein. Ich habe die Quest absolviert. Zehn von zehn wurden zerplatzt. Habt ihr einen Auftrag erledigt. Hier ist das Schreiben von diesem Therion. Das sind großartige Ergebnisse. Ich wette, ihr hattet eine Menge Spaß. Und ihr habt uns damit einen großen Dienst erwiesen. Nehmt diese Belohnung, Rekruten. Rekruten, was zum... Drachenzahnkralle erhalten. Drachenzahnklinge. Drachenzahnrüstung. 7.150 Erfahrungsbute erhalten. Und jetzt könnt ihr wegtreten. Ich muss das Schloss darauf vorbereiten, gegen die restlichen Soldaten des Trupps zu kämpfen. Wage es bloß nicht, uns nochmal Rekruten zu nennen. Lass es gut sein, Asuka. Wir sind hier fertig. We're done here. Gut, ich sage mal. Der gute... Ne, die gute Alain kriegt die Drachenzahnklinge. Die hat einen besseren Angriff. Das Schwert. Schewert. Kann sie das ausrüsten? Nein. Verdammtesklinge? Nö, also scheinbar scheint niemand dieses... Nö, scheint niemand ausrüsten zu können. Aber wohl die Rüstung. Wollen wir mal gucken, wer davon am ehesten... Das habe ich auch schon festgestellt, dass Alain die geringste physische Abwehr hat. Und daher bekommt sie die Drachenzahn-Rüstung. Träger erhält Status Stachel-Aura. Das bedeutet wohl, dass wenn man mich angreift, man ein wenig... Daran gehindert wird aufgrund von Schmerzen. Würde ich jetzt sagen. Toll. Gut. Hier geht es nirgendwo rein. Das ist eine interessant gebaute Sackgasse. Gehen wir hier mal rein. Das scheint mir die örtliche Bibliothek zu sein. 51 Fehler. Ich speichere nochmal, denn wenn ich jetzt Guts entdecke und irgendwie was Falsches mache und das schon abgebe, dann möchte ich das nicht. Mestor. Gab doch mal eine Stadt, die Mestor hieß, oder nicht? Ja, oder? Oh, ihr seid neue Rekruten. Eure Gesichter habe ich hier noch nie gesehen. Eigentlich nicht. Wir sind ja zufällig hierher gekommen. Zufällig. Ja, das ist das erste Mal, dass mir jemand sagt, der wäre zufällig hier. Das ist Schloss Farin. Hier kommt man nicht zufällig her. Wenn es doch so wäre. Weil es gibt auch Menschen, die nach Städten benannt sind. Wolfgang Oberrath. Keine Ahnung, warum der der ist, der es mir einfällt. Nun, dann habt ihr nicht vielleicht ganz zufällig ein Exemplar des Buches Todestanz in eurem Besitz. Ihr müsst wissen, ich liebe es, meine Kenntnisse in Anatomie zu verbessern. Und dieses Buch ist schlicht ein Meisterwerk dieser Wissenschaft. Wenn es wirklich so ein Meisterwerk ist, solltest du doch längst ein Exemplar bei dir haben, oder? Was weiß ich. Vielleicht ist das eine rare Sammleredition. Oh, ich habe bereits mehrere Exemplare. Aber bislang nicht die limitierte Erstausgabe. Nur dort ist die Anatomie der Sarsurisfliege beschrieben. Und das Wissen braucht man wofür? Naja, Selen, Wissen ist Macht. Woher willst du denn wissen, ob das irgendwie sinnvoll sein kann, wenn du es noch nicht weißt? Du musst es erst herausfinden. Nun, eigentlich braucht das wirklich niemand. Außer man ist so versessen darauf, wirklich alles über die Anatomie zu lernen wie ich. In all den Jahrzehnten, die noch kommen werden, will ich der größte Anatomie-Spezialist aller Zeiten werden. Na dann viel Spaß dabei. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, ein limitiertes Exemplar dieses Buches zu besorgen. Ich würde auch mein Wissen über Anatomie mit euch teilen. Damit solltet ihr den einen oder anderen Feind sicher noch einfacher erledigen können. Hm, na schön, du hast meine Aufmerksamkeit. Gibt es eine Bibliothek, wo man dieses Buch findet? Kein schlechter Gedanke, aber ich fürchte, das einzig mir bekannte Exemplar der limitierten Erstausgabe befindet sich in der Höhle der Schätze. Höhle der Schätze? Davon habe ich noch nie gehört. Was ist das? Ein unterirdisches Frauenhaus? Ich habe das Gegenteil von dem gesagt, was ich sagen wollte. Was ist das? Ein unterirdisches Freudenhaus? Nein, nicht ganz genau genommen ist es eine Höhle, in der man gegen Bezahlung spielen kann und damit Preise gewinnen. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr erst einmal dort seid. Erinnert mich an Zelda, da gab es ja auch immer diese Minigame-Häuser. Und einer der Preise in dieser Höhle der Schätze ist dein Buch? So ist es. Es gibt noch eine Menge anderer Preise, aber mich interessiert nur das Buch. Und warum hast du bislang nicht selbst mitgespielt und das Buch gewonnen? Nun, es mangelt mir etwas an finanziellen Mitteln. Außerdem bin ich kein Vampir, der dem Glücksspiel viel abgewinnen kann. Aber ihr vielleicht? Hm, wir werden sehen. Wo finden wir diese Höhle? Ich fliege einfach vom Schloss aus weiter in den Norden. Ihr kommt dann direkt auf eine kleine Insel, die nicht mehr von Schnee bedeckt ist. Dort im Gebirge befindet sich die Höhle der Schätze. Dann kommen wir wieder, wenn wir dein Buch gewonnen haben. Halt dir schon mal deine Lektionen in Sachen Anatomie bereit. Sehr gut, das freut mich sehr. Dann bespättern viel Glück. Na klar. Äh, ja, 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 ja. Moment. Achso, ja, das gibt weitere Blutrennen. Anatomische Korrektheit. Nummer 25. 20. Jede Menge Bücher über das Führen von Soldaten. Wundert mich nicht, dass die hier stehen. Folterreihe aus Ausdrucksformen. Henker als Beruf der Zukunft. Interessanter Ansatz. Gut, in diesem mit mehreren fast 20 Büchern befindlichen das Regal gibt es nur ein Buch, was Asuka lesen kann. Der Rest ist in der Sprache gesprochen, die er nicht versteht. Zum Beispiel in Deutsch. Äh, ja. Soviel hierzu. Wer ist sie? Odina! Euch habe ich hier noch nie gesehen. Wollt ihr euch am Kampf gegen den Heiligen Kreuzzug beteiligen? Eigentlich schauen wir uns nur ein wenig um. Solange ihr nicht Missionare dieser unsäglichen Religion des Blutgottes seid, solltet ihr euch unserer Armee anschließen. Was für eine Religion. Unter den Vampiren ist eine neue Religion entstanden, die irgendeinen ominösen Blutgott huldigt. Die Anhänger glauben, dass es bald so einer Blutkalypse, cooles Wort, kommt, die den Vampiren ewige Freude schenken wird. Völliger Schwachsinn, wenn ihr mich fragt. Jetzt habe ich schon mal den Wort Blutkalypse herausgefunden. Und diese Religion breitet sich unter den Vampiren aus? In mehreren von Vampiren besetzten Städten gibt es eine entsprechende Anhänger. Da gibt es entsprechende Anhänger und auch Kirchen, Vampire und Kirchen. Allein das ist doch schon irgendwie ironisch, findet ihr nicht? Die niederen Generationen an Vampiren sind offenbar einfach zu menschlich. Für mich ist das jedenfalls nichts. Und zum Glück gibt es hier auf Schloss Faria noch keine Anhänger dieser vampirischen Religion. Das würde ich nicht aushalten. Ich jedenfalls brauche keinen Blutgott, der mir sagt, wen ich töten soll. Das kann ich schon selbst entscheiden. So sehe ich das auch. Und dann kümmere ich mich mal weiter darum, dass dieses Schloss gut auf einen Angriff durch den Heiligen Kreuzzug vorbereitet ist. Wir sehen uns sicher wieder. Na klar. Na clear. Rekruten, ihr seid eingewiesen, sofort Meldung zu machen, wenn ihr die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs seht. Rekruten? Warum denken alle hier, wir sind Rekruten? Wie bitte, ihr seid keine. Was macht ihr dann hier? Das bedeutet allerdings nicht, dass wir euch nicht an der einen oder anderen Stelle behilftig sein könnten, sofern die Bezahlung stimmt natürlich. Söldner also. Nun ja, verwendetlich können wir jeden Mann und jede Frau verwenden, die ein Schwert halten kann oder sich mit Kampfzaubern auskennt. Spricht einfach mit Syrakon und lasst euch eine Aufgabe geben. Das werden wir, danke. Nur ein kühler Verband. Interessant, wenn ein Vampir geköpft wird, bestattet man den auch in einem Grab oder macht man da was anderes mit? Wie sieht der Toten- oder Ahnenkult bei Vampiren aus? Ja, Eisen, Stahl, Obsidian, was können Kinder schürfen? Ha, eine berechtigte Frage. Von wegen. Siehst du, und deswegen bin ich mit meiner Entscheidung, das Kind am Leben zu lassen, auch sehr glücklich, weil Aska das Kind natürlich nur zur Sklavenarbeit nutzen möchte. Das ist viel menschlicher. Diese epische Musik im Hintergrund, das ist faszinierend. 30 vieler. Kühler Verband. Einmal so ein bisschen Respekt davor, dass einer dieser aufwendiger gestalteten Typen Guts sein könnte. Und da möchte ich Feuer speichern. Drepanus. Hey, ihr da. Seid ihr die Speer, die von Syrakon losgeschickt wurden, um den Wald östlich von hier zu inspizieren? Nein, warum? Sollte es dort irgendetwas Besonderes geben? Nun, mein Schöpfer und Meister gehörte zu einem Trupp Soldaten, die in den umliegenden Wäldern patrouillieren sollten. Eines Tages waren sie verschwunden. Spurlos. Spurlos. Ja, das ist schwierig, aber bekomme ich auch hin. Einen ganzen Trupp an erfahrenen Vampirkriegern? Nein, das war kein einzelner Vampir oder Soldat. Etwas ganz anderes muss das getan haben. Und nun wurde noch ein Trupp Speer losgeschickt, um den Trupp Vampirkrieger zu suchen? Richtig, aber auch dieser sollte schon lange zurück sein. Die Speer sind auch verloren. Was zum Teufel steckt in diesem Wald? Werd ihr vielleicht gewillt, vorsichtig nach den Speeren zu suchen? Wir müssen endlich wissen, was hier vor sich geht. Dir ist klar, dass das in etwa so klingt? Seid ihr dumm genug, dass ihr umsonst euer Leben riskiert, damit ich eine Information erhalte? Ja, als Rekruten von Schloss Farien sollte das eigentlich gar keiner bitte bedürfen. Wir sind keine Rekruten. Oh, ich verstehe. Nun, da müsst ihr wohl seltener sein. Na schön, wenn ihr den Auftrag erledigt, gebe ich euch eine angemessene Belohnung aus unserer Schatzkammer. Geht das auch etwas genauer? Wie wäre es mit einer magischen Rune? Ihr könnt euch aussuchen, von welcher Art? Eine Rune als Gegenleistung dafür, dass wir unser Leben riskieren? Findest du das angemessen? Ja, eigentlich schon, aber ich sehe schon, ihr wollt auch vieler. So sind wir wohl. Na schön, ihr bekommt auch noch 5000 vieler dazu. Wie klingt das? Wir kommen wieder, wenn wir herausgefunden haben, was genau in diesem Wald vor sich geht. Sehr gut, ich werde hier auf euch warten. Na ja, schön. Cool. Auch hier wieder die Frage mit dem Questlog. Wald der Schrecken auf Level 60. Momentchen. Erhalten von Vampir Mästor? Das stimmt doch nicht. Es ist nicht von Vampir Mästor, sondern vom Vampir Stefan. Drepanos. Fast. Nein, wollte ich nicht. Hermalex. Es handelt sich hier um einen groben Fehler. Goldbarren erhalten. Hallo, Rekruten. Kennt ihr die Geschichte von dem dunklen Herrscher Malek, der vor Äonen diese Welt erschaffen hat? Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Das hat er ja schon mal verwendet. Was soll das für ein Unsinn sein? Es gibt keinen Gott, der irgendetwas erschaffen hat. Ja, so sehe ich das aus. Auch, wir Vampire dürfen nicht so leicht, glaube ich, wie die Menschen sein, die an irgendeinen Vincent Weynard glauben, der angeblich einst tausende Vampire ausgelöscht hat. Das ist wirklich Blödsinn. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn es Vincent Weynard wirklich gegeben hätte, wo sind dann die Beweise seines Kampfes gegen die Vampire? Ja, Senen glaubt nicht daran. Das bedeutet aber auch, dass Asuka sie über die bisherige Geschichte der Welt im Dunkeln gelassen hat. Nun, das sind dumme Geschichten, die die Menschen motivieren sollen, nicht die Hoffnung im Kampf gegen die uns Vampire zu verlieren. Doch wir alle wissen, dass wir am Ende siegreich sein werden. So ist es. Lasst mich rekapitulieren. Also, Malek ist jetzt, äh, Gerüchten zufolge in dieser Welt ein Gott. Er hat sich self-insertet als Gott. Ja, das wäre auch spannend. Wobei ich, äh, das spannend finde, weil wir über die Lore von Vampire-Storn ja relativ wenig, äh, herausgefunden haben. Und wenn es jetzt aber dann doch so ist, dass Malek's der Gott ist, also er hat Stöpfer beruht. Hier steht, sei stolz, sei stark, sei loyal. Als wenn solch ein Leitspruch hilfreich wäre. Hilft auf jeden Fall. Also schadet ja nicht. Ne, genau, ähm. Wenn, also wenn Malek's jetzt der kanonische Gott dieser Welt ist, ich weiß ja nicht. Auf der anderen Seite ist er ja eher Schöpfer. Man kann ja schon sagen, dass diese Welt ohne Malek's nicht existieren würde. Finde ich interessant. Aber wahrscheinlich nur mal so ein flotter Cameo-Spruch und nichts Kanonisches hier. Was sagt sie? Ich hasse diesen verdammten heiligen Kreuzzug so sehr. Meine gesamte Familie wurde ausgelöscht. All deine Verwandten waren Vampire? Ja. Genau, genau war ich die erste Vampirin in meiner Familie. Und ein streudender Vampir hat mich gebissen und dann verwandelt. Und du hast dann deine gesamte Fam-Familie zu Vampiren gemacht? Wie etwa nicht? Ich stand vor der Wahl, meine Kinder und meinen Mann nie wiederzusehen oder sie ebenfalls in Vampire zu verwandeln. Wir waren am Ende glücklich damit, bis dieser verdammte heilige Kreuzzug kam. Du hast wirklich deine Kinder zu Vampiren gemacht? Unfassbar. Ich habe wohl nie vor dieser Wahl gestanden. Ich liebte meine Kinder über alles auf der Welt. Niemals hätte ich sie zurücklassen können. Niemals. Ach so, Elaine, es ist also besser, ein unbehelligtes Mädchen in ein Vampir zu verwandeln, um sie dann zwangs zu adoptieren. Aber die eigenen leiblichen Kinder, das geht nicht. Wo zeigt der moralische Kompass denn her, Frau Frünier? Das klingt schon fast nachvollziehbar, auch wenn ich keine Kinder habe und nie welche wollte. Dieser verdammte heilige Kreuzzug hat sie mir genommen. Mein Mann und meine Kinder, abgeschlachtet wie Vieh. Ich werde sie dafür büsten lassen. Den nächsten Soldaten töte ich in deinem Namen. Ich werde hunderte von ihnen zur Strecke bringen. Kann man die nicht freiwillig rekrutieren? Sagen, hey, komm mal hier. Komm mal bei. Wir machen das hauptberuflich. Komm mit. Ah, ja. Hier ist das Buch Vampir-Etiketteband 8. Die Waffenwahl. Das hilft uns sicher beim Test von Lord Avarus weiter. Was steht dort geschrieben? Steht ein gehobener Vampir, der in die Enge getrieben wird, hat selbstverständlich das Recht, sich gegen den angreifenden Pöbel zu wehren. Das Blut seiner Angreifer zu vergießen ist öfter notwendig, als man denkt. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch das Töten mit einem gewissen Maß an Eleganz zu verrichten. Um dieser Eleganz gerecht zu werden, ist es unbedingt notwendig, jegliche vampirische Aktivität als gehobener Vampir mit einer Sichel durchzuführen. Das kommt auf meine To-Do-Liste. Ja, Moment. Ich habe das letzte Teil nicht vorgelesen. Die Sichel ist die einzige Waffe, mit der eine Tötung wie ein Kunstverlag purer Ästhetik wirkt. Aber das hat Asuka doch nicht geskillt. Er ist ein Mann des Säbels. Menno. Ach, hier ist eine Tür, ne? Ich glaube, die habe ich auch in dem anderen Haus nicht erforscht. Müssen wir mal schauen. Ich will auch irgendwie auf die Zinnen gelangen, um mit den Vampiren dort zu sprechen. Wenn es denn geht. Das ist ein Rieseglücke. Macht ihr das auch? Also ich meine, das soll jetzt kein Diss sein, aber stellt ihr zwei Schränke hin und in der Mitte ein Meter Platz, wo nichts dazwischen ist. Das ist doch Platzverschwendung. Hier, dieses Regal. Wenn man das ein bisschen besser schiebt, passt das dort auch dazwischen. Hast du so eine einheitliche Bücherwand. Oi. Hallo, Rekruten. Ich kümmere mich darum, dass diese Säge in einem hervorragenden Zustand sind. Immerhin schläft ihr unsere Führungsriege. Also sind das Säge für eure Befehlshaber. So ist es und ich darf in keinem Fall versagen, sonst muss ich wieder den Boden putzen. Das überlasse ich lieber Rekruten wie euch. Warum denkt ihr eigentlich jeder, dass wir Rekruten sind? Naja, weil ihr nicht besonders stark seid und auf der anderen Seite seht ihr relativ, also ihr habt nicht die gleiche Rüstung an. Nun, eure Gesichter sind hier nicht bekannt und ihr tragt nicht die übliche Uniform von Vampirkriegern oder Vampirmagiern. Wenn ihr keine Rekruten seid, was dann? Ich würde sagen, wir sind eher Söldner und schauen uns nach Orten um, an denen es lukrative Aufgaben gibt. Wie auch immer, ich muss jetzt die Säge weiter in Ordnung bringen. Entschuldigt mich bitte. Ausnahmsweise, bei einer so extrem wichtigen Aufgabe wollen wir dich nicht stören. Bücher über den Heiligen Kreuzung und den Kampf gegen die Vampire. Pulver des Schamanen erhalten, was man so im Bett benötigt. Oh, ein Goldbarren. Ich lege mich auch immer mit meinem Goldbarren ins Bett. Ein bisschen gekuschelt hier. Mein Goldbarren und ich. Es hat sich gelohnt, hier mal vorbeizuschauen. Würde ich sagen. Gut, dann. Was haben wir hier sonst noch? Wir haben ein bisschen Wein. Hier ist das Buch Vampir-Etikette Band 7. Die Farbe der Vampire. Das hilft uns sicher bei dem Test von Lord Avarus weiter. Was steht dort geschrieben? Hier steht ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Kleinungswahl. Eines gehobenen Vampirs ist die richtige Farbwahl, um sich dem Pöbel gegenüber auch wirklich ausreichend abzugrenzen. Welcher gehobene Vampir würde schon freiwillig die Farben Braun und Grün tragen? Standdessen empfehle ich dringend bei der eigenen Kleidungswahl vor allem auf die Farbe Rot zu setzen. Man muss dazu sagen, in Werber Aston 1 hatte Asuka eine grüne Ballonhose an. Interessantes, modisches Accessoire hier. Rot zeugt von einer klaren Abgrenzung gegenüber dem Pöbel mit seinen schmutzigen Farben. Außerdem praktisch bei der Reinigung, wenn du mal wieder Menschen aussaugst, ein bisschen kleckerst, dann fällt es nicht so auf. Was ist das denn hier? Spannend. Dann gehen wir hier mal auf die Zinnen, glaube ich, hoffe ich. Ne, was haben wir hier? Es gibt diesen Moment, an dem du dir sicher bist, dass du sterben wirst und dann bist du geboren. Es ist furchterregend, in dem Moment bin ich mir selbst fremd. Da sind Echos von dem, der ich war und eine Art Ruf von dem, der ich bin. Und ich muss meine Nerven behalten und all diesen neuen Instinkten vertrauen, mich ihnen anpassen. Mir wird es gut gehen, schlussendlich, hoffentlich. Wovon zum Teufel sprichst du? Seit meiner Verwandlung weiß ich, dass ich nun etwas Besseres bin, etwas viel Besseres. Und ich werde dafür sorgen, dass die Menschen diese Überlegenheit auch sehen. Schön für dich und wir sollten jetzt gehen. Dann philosophiere mal fleißig weiter, wir gehen lieber irgendwo etwas töten. Lass ihn doch. Sei doch nicht so anti. Der ist doch nur so ein bisschen in einer Sinnkrise auf der Suche nach sich selbst. Sein. Re-evaluieren. Bist du Guts? Ja, ich spreche es lieber. Madina. Hoi, hoi, hoi. Oh, hallo Rekruten. Darf ich euch etwas zu essen bringen? Essen? Was im Teufel redest du da? Ich trinke nur Blut. Warum ist der Tisch voller menschlicher Nahrung? Nun, das hat Syrakon angeordnet. Genau genommen isst dir niemand irgendwelche menschlichen Nahrungsmittel. Wir trinken natürlich nur Blut. Doch inzwischen haben leider auch wir Vampire der vierten und fünften Generation unter uns. Was? Ich hatte erwartet, dass die kaum zum Kämpfen zu gebrauchen sind. Tja, Syrakon hat angeordnet, dass wirklich jeder Vampir zum Kämpfer oder Magier ausgebildet werden kann. Egal welcher Generation er angehört. Ich halte das ja für einen Fehler, aber das habe ich nicht zu entscheiden. Und was hat das nun mit den Nahrungsmitteln zu tun? Egal welcher Generation ein Vampir entstammt, kein einziger Vampir wird das wirklich essen, oder? Nein, natürlich nicht. Aber da das menschliche in diesen Vampiren doch noch stark ausgeprägt ist, fühlen sich die Vampire dadurch irgendwie besser. Sie kamen darauf rum und spucken es wieder aus. Dabei versuchen sie sich zu erinnern, wie die Nahrungsmittel einst geschmeckt haben. Es ist einfach nur widerlich. Welche elenden Maden gibt es inzwischen unter den Vampiren? Unfassbar. Da will ich euch nicht widersprechen. Aber meine Aufgabe ist es, hier die Nahrungsmittel bereitzustellen und nur das ausgespockte Essen zu entsorgen. Was für eine Verschwendung deiner Fähigkeiten. Wirst du nicht lieber für mich arbeiten? Ich finde schon etwas Sinnvolleres für dich. Hm, wirklich? Das wäre tatsächlich denkbar. Ich habe das alles hier wirklich satt. Und wo ist euer Zuhause? Das ist ein Schloss, das deutlich gemütlicher als Schloss Varen ist. Ich könnte dich mittels eines Saubers dort hinbringen. Und was soll ich dort für euch tun? Was kannst du und willst du denn tun? Ich könnte dafür sorgen, dass eure Vampire gut versorgt sind. Da sollte sie besser kämpfen lassen. Das klingt doch gut, da mach dich bereit. Moment, wie sieht es mit meiner Bezahlung aus? Ich verlange 6000 Filar im Voraus. Deine Bezahlung? Es ist eine Ehre für meinen geliebten Asuka zu arbeiten. 6000 Filar? Das ist nicht die Bezahlung, an die ich gedacht hatte. Tja, umsonst ist es nichts auf dieser Welt. Also was sagt ihr? Madinas Dienste werden dafür führen, dass sich eure Vampirdiener besser fühlen. Plus 100 Lebenspunkte. Na schön. Wunderbar, dann gebt mir bitte das Geld. Hier, bitte sehr. Und nun macht dich bereit für meinen Zauberspruch. Danke. Und dann bis später. Irgendwas gefällt mir nicht an ihr, Geliebter. Nur eine weitere Hure, mit der er sich umgibt. Eifersüchtig, Selen. Jetzt teilt auch Elaine aus. Die einzige, von der ich gesagt habe, diese Slurs gibt es nicht. Na schön. Halt das dein verdammtes Maul, Schlampe. Oder ich reiß dir die Zunge raus. Wer soll das bitte schön das gesamte Spiel lang aushalten? Na los, versuch es doch. Genug jetzt. Sie wird uns nützlich sein und das war's. Wir gehen jetzt weiter. Hühnendes Miststück. Hörige Schlampe. Oh, oh. Es ist... Oh, oh. Ich meine, ich verstehe, dass man damit ein bisschen mehr Farbe, mehr Würze reinbringen möchte. Das ist auch in Ordnung, aber muss es wirklich so sein die ganze Zeit? Dein Schild ist mein Schild. Leichenplündern leicht gemacht. Das fand ich bisher eigentlich nicht so schwer. Ich überspeichere mir jedes Mal, dass ich den Charakter sehe mit einer individuellen Farbgebung. Also da mit der Situation fand ich mich relativ gut, dass ich die Gute in meine Party überführt habe. Oder besser gesagt, in meinen bediensteten Kanon. Sie macht das übrigens freiwillig. Das finde ich mehr interessant. Ah, ihr seht aus, als müsstet ihr dringend eure Ausrüstung auf den neuesten Stand bringen. Was soll denn das bedeuten? Ähm, ich meine ja nur, dass sie gute Rüstungen kaufen können. Braucht ihr etwas? Ja, zeig mir dein Angebot. Sehr gerne. Silberhelm, Silberrüstung. Davon gönnen wir uns mal zwei. Silberschild, zwei. Silberstiefel. Okay, Geschwindigkeit geht runter. Dafür geht die Abwehr um zwei hoch. Finde ich nicht gut. Ich finde Silberstiefel an sich. Sollten wir hier mal so machen. Und drei Silberhelme. Machen wir das doch mal so. Rune runen macht. Verstehe. Lübbt. Perfekt. Das hat sich also gelohnt. Ja, wir könnten verkaufen. Das mache ich dann das nächste Mal. Weil jetzt, im Grunde genommen, brauche ich es ja nicht. Ah, ihr müsst die neuen Rekruten sein. Ich habe hier etwas, um euren Einstieg bei uns zu erleichtern. Zweimal Blutflasche erhalten. Danke, Bro. Ähm, ja, danke. Ich weiß noch, wie schwer es für mich war, als Neuling hier Fuß zu fassen. Alle Vampire hier betrachten neue Rekruten als ein perlisches Kanonenfutter. Nach zwei Jahren hier auf Schloss Fahrin will ich den Rekruten einen besseren Start ermöglichen. Und wir nehmen die Bluttränke gern. Ja, viel Erfolg beim Eingewöhnen. Alle Anfang ist schwer, aber ihr werdet bald in der Hierarchie aufsteigen, sobald ihr Soldaten des Heiligen Kreuzhubs getötet habt. Das ist doch ein lieber Kerl. Bist du Gats? Weichere nochmal. Hoi. Ja, er hat ungefähr so viel Haarvolumen wie ich. Ah, neue Gesichter. Vielleicht könnt ihr mir jetzt sagen, ob ihr inzwischen Soldaten des Heiligen Kreuzhubs getroffen habt, die es mit unseren Vampiren aufnehmen können. Glaubst du, etwas gibt jemanden, der dich vernichten kann? Wir Vampire sind durch unsere Stärke allen anderen Wesen auf dieser Welt überlegen. Und doch existiert der Heilige Kreuzhug noch. Das kann nur daran liegen, dass wir nicht gut genug organisiert sind. Nun, das kann ich gern ändern und damit anfangen, als erstes dich zu befehligen. Ja, wohl kaum. Was wir brauchen, ist ein wahrhaft mächtiger Vampir. Nichts für ungut, aber ihr seht mir mit euch eher nach einer Gruppe Rekruten aus. Rekruten, du kleiner Wicht. Und cholerisch seid ihr offensichtlich auch. Nein, wir brauchen niemand geeigneteres, um diesen Krieg ein für alle Mal zu beenden. Wenigen Augenblicken wird das für dich keine Rolle mehr spielen, Kerl. Lass es gehen, Asuka. Du musst nicht jeden umbringen, der nicht deiner Meinung ist. Der Wicht hätte es aber verdient. Nur ein kleiner Zauber. Nein, ich würde sagen, wir nehmen ihn gefangen. Ihr Schwächlinge, was... Jetzt hat er plötzlich volles graues Haarvolumen, aber ich verstehe natürlich, dass jetzt das Gebot der Stunde nicht war, die gesamten Designs neu zu machen für jeden einzelnen NPC. Das ist klar. Ich fange mal mit dem Magiefokus an und dem Schattenstrahl. Die Vampirkriegerin darf den blutigen Schnitt machen. Elaine darf den Magiefokus nutzen und mit diesem Magiefokus macht sich folgendes und zwar den Lichtstrahl, weil vielleicht gibt es eine Elementaraffinität. Sie macht Blutstärke und so auf niemand geringeren als Mr. Wolfie hier unten. Und Mr. Wolfie hier unten macht nichts Geringeres als draufsauen wie so ein Irrer. Ja, das wird wieder ein anstrengender Kampf. Aber vielleicht durchs Bluten kriegen wir es in den. 311 ist nicht verkehrt. 262 ist auch nicht verkehrt. Yo, blutiger Schnitt. Das sollte uns im weiteren Verlauf helfen. Genau, Asuka darf jetzt mal weiter das hier spammen. Die Vampirkriegerin macht nicht verspotten, sondern wir greifen jetzt einfach mal an. Elaine darf eben... Ah, was macht denn der Feuerblitz? Stimmt, das haben wir. Zwei zufällige Gegner Blitzschaden. Verursacht brennen wir das mit siebenprozentigen Chance. Good enough for me. Gute Wahl fand ich. 202. Schattenstrahl läuft. Zack. Und... Game over, Bro. 90. Unsere Feinde sind vernichtet und er ist gefangen genommen. Vampir-Magier gefangen genommen. Da hat mich das Spiel ordentlich drauf gestoßen. Lichtruhne erhalten. Blut auf der Zunge, wenn Vampire sich selber beißen. Noch so ein schwieriger... Äh... Scheiben mir so ein bisschen was, wie jetzt die Schlafkammer zu sein. Ich finde die schwarzen Särge irgendwie schnieke. Stylish hier. Ob man sich das aussuchen kann. Lieber Rekrut, was möchtest du für einen Sarg haben? Vampir-Steine erhalten. Toll. Es geht voran. Kann hier einmal außen lang gehen. Hier gibt es Waffen, so scheint mir. Ich speichere mal. Ich habe keine meiner Entscheidungen bisher bereut. Deswegen speichere ich einfach mal hier drüber. Seid ihr hier um zu trainieren, Rekruten? Nein, eigentlich schauen wir uns nur ein wenig um. Trainieren ist wichtig. Ohne Training wird euch der heilige Kreuzung in der Luft zerfetzen. Nehmt euch ruhig diese Übungswaffen und arbeitet an euren Kampfkünsten. Danke, aber wir wissen, wie man kämpft. Außerdem fehlen mir irgendwie auch ein paar scharfe Krallenwaffen. Krallenwaffen? Ja, damit trainiert hier wirklich niemand. Das scheint mir auch keine gute Waffengattung zu sein. Nur da ist man doch in jedem Kampf hoffnungslos unterlegen. Wenn du wüsstest. Also der scheint mir nichts verkaufen zu wollen. Gut. Naja. Oi, da ist jemand im Gefängnis. Der sehr aufwendig aussieht. Ich bewache den gefangenen Menschen, Rekruten. Moment, ist unser letzter Gefangener. Statt mich nicht bei meiner Wache. Nichts geht über einen lebenden Blutvorrat. So wird es niemals Frieden geben. Kein Wunder, dass uns der heilige Kreuzung vernichten will. In diesem Krieg gibt es keine Unschuld mehr. Ja, mehr Gefangene, die Vampire haben, umso stärker wird der heilige Kreuzung. Versuchen sie zu befreien. Ja, aber es ist genauso unrealistisch, dass der heilige Kreuzung irgendwann sagt, gut, die haben jetzt die Hälfte unserer Bevölkerung getötet. Haben sie jetzt nicht nochmal gemacht. Haben sich wahrscheinlich beruhigt. Alles gut, easy. Wir kehren das mal unter den Teppich. Dazu müssen sie aber hier erst einmal durch die eisige Kälte marschieren. Ich glaube nicht, dass den Gefangenen hier viel Hoffnung auf Rettung bleibt. Bitte stört mich jetzt nicht länger. Ja, finde ich auch so. Du willst eigentlich nur Wache schieben. Da kommen erst einmal drei mittelmäßig frisierte Vampire und halten eine Grundsatzdiskussion ab. Bleib von dem Gefangenen weg, Rekruten. Wenn ihr Durst habt, geht es um noch ein Blutlager. Ja, ist ja gut. Ihr könnt mir das sicherlich auch beantworten. Dieser Kerl. Ist der irgendwie spannend, wichtig? Er sieht interessant aus. Ah, noch ein Asker-Porträt. Oh, das ist aber ein hübscher Kerl. Holala. Ja, mit verschränkten... Was hat der denn da? Das Amulett? Was ist das? Das nehmen wir mit. Das sollte bei mir sein. Gemälde Nummer 6 erhalten. Blutflasche erhalten. Wir haben bereits... Also wir haben jetzt insgesamt zwei dieser entsprechenden Porträts. Das finde ich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob es da auch eine Quest gibt oder ob das nur sozusagen als Goodies ist, die gesamten Artworks hier in diesem Spiel mal zu sammeln. Die scheinbar von einigen, ja sag ich mal Fans der Serie oder halt von professionellen Künstlern oder beides erstellt wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie kommerzielle oder kommerziell erstellte commissioned Porträts sind oder ob halt eben, ja, Malix, die als Fanart bekommen hat und als Token of Appreciation, ich kann auch kein Deutsch mehr, sie ins Spiel gebracht hat. Ich finde, er sieht ja schon so ein bisschen aus wie Asuka aus Vampire Stone 1. Wenn ihr euch ausruhen wollt, Rekruten, dann nehmt ruhig einen dieser Särge. Deswegen sind wir eigentlich nicht hier. Wir haben unsere eigenen Särge zur Verfügung. Wie bitte? Diese neureichen Rekruten nerven mich so sehr. Einer sagt, eigene Waffen und auf gar keinen Fall aus dem gleichen Blut reintrinken wie die eigenen Kameraden. Sonst hast du keine Probleme, oder? Geh mir bloß aus den Augen, ihr arrogantes Pack. Ich glaube, da braucht jemand eine kleine Lektion. Ja, nämlich ihr. Komm, lass uns gehen, Geliebter, das bringt mir doch nichts. Nein! Gewaltvoll wird diese Person dem Tode zugeführt. Natürlich nehme ich ihn gefangen. Ihr arrogantes Schwein! Ich habe nämlich jetzt Erfahrung, gegen diese Art von Typen zu kämpfen. Schattenstrahl. Ihr habt es schon gesehen, ich überspring das mal. Auch diesen Kerl hat es jetzt zerlegt. Und damit ist er gefangen genommen und damit Teil unserer Party. Was ich demnächst mal skillen werde, also ich habe jetzt wahrscheinlich auch gleich die Möglichkeit, das mache ich dann in der nächsten Folge, mal zu schauen, wie ich jetzt meine Punkte nochmal investiere, in der Halle der Opferung. Habt ihr irgendwelche verdächtigen Truppenbewegungen des Heiligen Kreuzzugs gesehen? Nein, im Moment nicht. Wir müssen permanent wachsam sein. Der Heilige Kreuzzug hat seine Taktiken in den letzten Jahren massiv verbessert. Wer immer die Truppen jetzt anführt, muss extrem gut in Kriegstaktik geschult sein. Ja, scheinbar ist es Nyria, die ein dermaßen guter Leader ist. Hier ist das Buch Vampir Etikette Band 6, das richtige Trinkgefäß. Das hilft uns sicher bei dem Test von Lord Avarus weiter. Was steht da drin geschrieben? Hier steht, an jedem Tag sollte ein gehobener Vampir seinen Durst auf angemessene Weise stillen. Einer Weise, der sich von dem ganzen Pöbel unterscheidet. Okay, das ist falsch. Ich hab das, äh, ich dachte, ich hab's wieder falsch vorgelesen. Dazu zählt auch die Wahl des richtigen Trinkgefäßes. Als würdiges Trinkgefäß empfehle ich jedem gehobenen Vampir ein stark geschwungenes Glas. Geschwungenes. Gelas. Damit geleitet des Opfers Blut mit Eleganz und Stil in die Kehle eines gehobenen Vampirs. Schön. Und ich snatch mir das Heilpult. Nein. Nein. Okay, die sind ordentlich am Trainieren. Das find ich nicht schlecht. Ha, und hier kommt die Parade. Na, dann pass mal auf, wie ich dir jetzt einen mächtigen Schlag verpasse. Der war daneben. Und nun gibt's einen schönen Seitenhieb. Wenn du deine Schläge ankündigst, hab ich keine Probleme, ihnen auszuweichen. Vielleicht täusche ich dich aber auch und mache genau das Gegenteil von dem, was ich sage. Da los, versuch doch endlich, mich zu treffen. Hehe. Die beiden trainieren ganz offensichtlich. Nein, Alain. Schaut uns ruhig eine Weile zu. Dann lernt ihr noch was, zum Beispiel, wie ich diesen Kerl nun in den Boden ramme. Das sieht nicht besonders eindrucksvoll aus. Siehst gut, doch ich bin besser. Denn nun folgt mir ein Geheimschlag. Hehe. Zu dieser Kampftechnik wirst du höchstens irgendwelche Rekruten des Heiligen Kreuzzugs töten können. Alle anderen zerstückeln dich sofort. Hm. Ah, was weißt du denn schon, Rekrut? Lass dir bitte die erfahrenen Krieger trainieren und schau zu. Bei uns kannst du noch eine Menge lernen. Ich weiß ja nicht. Haltet bitte Abstand. Das wird hier gleich sehr ungemütlich. Hm. Öh, Asuka lässt sich ja das einfach über sich ergehen. Das ist okay. Er ist da kein Kind von Traurigkeit. Du bist doch Guts. Also wenn er nicht Guts ist, dann weiß ich's auch nicht. Bye, John. Ah. Kann ich euch helfen? Hab ne sehr tiefe Stimme. Wenn du Vampir namens Guts bist, dann ja. Das bin ich. Und was wollt ihr von mir? Wir haben hier etwas für dich. Ein Vampir namens Gothga hat uns damit zu dir geschickt. Gothga? Er arbeitet für ihn. Zeig sofort her. Hier ist der Beutel. Nein! Ihr verdammten Schweine. Ich werde euch töten und danach meinen verdammten Boss den Schädel spalten. Was zum Teufel? Okay, da war scheinbar was nicht so richtig schön Appetitliches drin. Kopf oder so von irgendwem. Ja, äh. Ich mach mal den Schattenstrahl. Da haben wir jetzt noch zum Ende der Folge einen Boss gehabt. Das ist doch schön hier. Schattenstrahl. Figurin macht direkt mal den blutigen Schnitt. Alain macht den Feuerblitz. Aber erst mal den Magiefokus. Äh, Feuerblitz. Nein, Feuerblitz, sagte ich. Selen macht die Blutstärke. Und das darf der Werwolf mal abbekommen, der ansonsten aber auch angreift. Oi, das ist ein ziemlich krasser Kampf. Er lässt aber auch überhaupt nicht mit sich reden. Er rennt einfach drauf los. Direkt zweimal angreifen, das haben wir ja gern. Aber was du kannst, kann ich auch. Und hier kommt wieder dieser Effekt zum Tragen, den viele von euch ja bereits erwähnt haben. Äh, dass die Statusveränderungen hier eigentlich das einzig wahre sind. Dein Vampir ist, versuche ich es mal mit der Verdammnisklinge. Und dafür macht sie ein wenig Boost auf Asuka. Feuerblitz fand ich jetzt nicht. Obwohl, ihr habt eine Möglichkeit brennen zu machen. Versuche ich mit 15% eine Chance. Ich versuche es mal mit Licht. Er brennt ja im Moment. Selen darf mal draufhauen. Und der Werwolf ebenfalls. Fertig. Lichtstrahl. Kritisch, siehste mal. Hat sich doch gelohnt. Auch das lohnt sich. Hoi. Zack. Gut, dann würde ich sagen, der liebe Asuka darf weiter drauf rügeln, die Vampirkriegerin. Ebenfalls Elaine darf mit dem Lichtstrahl weitermachen. Und auch der Werwolf. Komm. Zack. Das geht doch schnell jetzt. Ist es vielleicht sogar schon in dieser Runde soweit. Zack. Weiterschwung. Oh lolol. Greift immer zweimal an. Das finde ich auch interessant. Ja. Ja, komm. Das kriegen wir jetzt hin. Einmal noch und. Mensch Asuka. Das haben wir besser geübt. Das und ein Blutelixier. Und wir sind alle im Level gestiegen. Oh. Kiaska. Zweihänder halten. Interessanter Zweihänder für uns. Aber leider keine geeignete Waffe. Viel zu klobig. Aber wir sollten damit zu Gothgard zurückkehren. Und das mit dem Zustellbeleg können wir wohl vergessen. Haben wir uns hier nur eingemischt? That's a mighty good question, girl. Heilbalsam erhalten. Was haben wir hier? Bannerhelm erhalten. Hol lolol. Der Bannerhelm ist unser. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt folgendes. Der Werwolf, den geht es nicht mehr ganz so gut heilen. Kann ich den aber glaube ich nicht, ne? Also der ist nicht wiederherstellbar. Nope. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Äh, ja. Ausrüstung. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte den Bannerhelm ausrüsten. Auch hier wird die Frage nach der Abwehr. Da ist Alain weiterhin die am schwächsten situierte. Nein, wir müssen ausweichen. Wer kann das denn am schlechtesten? Ja, eigentlich auch Alain, ne? Ich würde sagen, ich gebe das mal Alain. Einfach so nach Sympathie. Und dann gehen wir hier mal rein und gucken, was es so ein Sachen... Ausrüstung und fancy lila Haarmode gibt. Ich nehme auch an, die Goldbarren kann ich einfach verkaufen. Oh, oh, ho, 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 ho. Yo. Ah, neue Rekruten und damit neue Kunden. Kommen eure Rekruten etwa keine kostenlosen Waffen bereitgestellt? Hä? Woher kommt ihr denn darauf? Wir haben Waffen in jeder Preisklasse. Was wollt ihr haben? Zeig mir dein Waffenangebot. Sehr gut, hier ist mein Angebot an Waffen. Auch eine sehr natürliche Konversation. Zeig mir dein Waffenangebot. Sehr gut, hier ist mein Angebot an Waffen. Aber da ist jetzt nämlich jedes RPG irgendwie so ein bisschen tuldig im Sinne der Anklage. Silberhelm weg. Stahlschild, den braucht auch niemand. Den Stahlhelm ebenfalls keiner. Und die Stahlstiefel, nein, leider, nein, leider gar nicht. Hilft niemandem weiter kaufen. Die Silberkralle, eine kann ich kaufen. Stab gibt es niemanden, aber es gibt den Säbel. Und ja, jetzt kann ich überlegen, der Angriff geht hoch, die Geschwindigkeit geht runter. Ich kaufe einfach mal drei, weil das nächste Mal, wenn ich die verdammtes Klinge aufpowere, ist das natürlich nicht verkehrt. Ja. Zack. Done. Damit sind wir deutlich stärker. Und der Typ hat ein bisschen mehr Geld, sich noch mehr Lockenwickler zu kaufen. Dieses Schild kann ich nicht ansprechen. Okay. Das wollte ich nicht. Mann. Ich bin zu ungeduldig. Das Beste an den weiten Schneefeldern von dem Schloss ist, dass man ankommende Feinde sehr schnell erkennen kann. Und da der Heilige Kreuzung nicht fliegen kann, können wir uns bei einem angreifenden Trupp gut in Verteidigungsstellung bringen. Dadurch ist dieses Schloss für Vampire einer der sichersten Orte auf dieser Welt. Ich bin froh, hier sein zu können. Ihr solltet den Heiligen Kreuzung nicht unterschätzen. Wobei die Kälte sicher auch ein Vorteil für uns Vampire ist. Ja, es ist sehr praktisch, keinerlei Kälte zu spüren. In den tiefgefrorenen Rüstungen des Heiligen Kreuzungs können die Soldaten jedenfalls nicht besonders gut kämpfen. Es ist schwieriger für euch, den Heiligen Kreuzung in den Wüsten dieser Welt anzugreifen. Die Vampire in den Schneegebieten, der Heilige Kreuzung in den Wüsten dieser Welt, schon merkwürdig, wie sich das alles in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Trotzdem werden die Vampire siegreich sein, dessen bin ich mir sicher. Wir werden schon einen Weg finden, um am Ende siegreich zu sein. Es ist nur eine Frage der Zeit. So ist es. Das Ende des Heiligen Kreuzungs wird kommen, aber vermutlich anders, als ihr alle denkt. Wie meint ihr das? Schon gut. Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Dann wird sich die Herrschaftsordnung dieser Welt grundlegend ändern. Ähm, ja. Dann halte ich mal weiter nach möglichen Angreifern Ausschau. Dismischt. Mit ihm schon? Verenor. Seien sie konstant, dass der Wandel meint ihr nicht auch? Was redest du da? Alles, was geht und Neues entsteht. Der Kreislauf des Lebens werden hier die Ausnahme sein. Ich dachte, das wäre hier ein schlossvoller Vampirkrieger und nicht irgendwelcher Vampirphilosophen. Mit Philosophie lässt sich jedenfalls der Heilige Kreuzung nicht beeindrucken. Anti-Intellektualismus hier. Ja. Genau. Was ich jetzt mal machen werde, das mache ich noch in dieser Folge. Die ist ja auch schon wieder ein bisschen länger geworden, aber ich habe irgendwie gerade Bock gehabt, das noch zu Ende zu erkunden. Diese Sidequest-reiche Folge merkt sich so langsam mit Ende zu. Ihr seht, ich habe mein selbst auferlegtes Ziel von 45 Minuten pro Folge supi-topi eingehalten. So, wo ist das, wo ich hin möchte? Ich möchte nach Ediril und dazu muss ich erstmal ein wenig hin. Ja. Es passiert mir immer wieder. Jetzt kann man monieren, dass man das vielleicht so machen könnte, dass man da nicht direkt mit 1 nach rechts reinfliegen könnte. Aber ich muss auch sagen, das ist sehr oft auch meine eigene Blödheit. Wie in den meisten RPG-Maker spielen, kann man nicht diagonal fliegen. Deswegen muss ich hier so ein bisschen zickzack nach unten gehen. Zack. Welcome back to Ediril. Jetzt natürlich diese sehr spannende Frage, wo sich dieser Dude befindet. Ich würde sagen, hier... Irgendwo sich in nordwestlicher Richtung hatte ich ihn gespeichert in meinem Kopf, weil einer der ersten war, denen ich begegnet bin. Und deswegen sage ich es hier in diesem Haus. Ja. Wow, auf Anhieb war es gefunden. Ihr seid zurück. Du wirkst überrascht. Ähm, nein, alles gut. Ich sehe, ihr habt den Zweihänder dabei. Das ist gut. Somit habt ihr den Beutel überbracht. Losrede, was hat es damit auf sich? In Ordnung, ich erzähle es euch. Dieser Vampirgatz hat mir diese Klinge gestohlen. Er hat seine verdammte Frau. Der Zweihänder ist ein altes Familienerbstück, in dessen besitze ich schon seit dem Tod meines Vaters bin. In dem Beutel war ein überzeugendes Argument, damit der Mistkerl mir sein Schwert wiedergibt. Doch nun seid ihr in dessen Besitz. Ich danke euch, dass ihr es mir wiedergebracht habt. Moment, nicht so schnell. Diese Vampirgatz schienicht wie ein Dieb. Er hat uns ohne Vorwarnung angegriffen, Aska. Kein Unschuldiger macht das. Doch, schaut, das ein gravierte Geh im Heft der Klinge steht für meinen Namen. Gothka, ich habe euch eine Belohnung versprochen, wenn ihr eure Aufgabe erfüllt. Ich werde diese deutlich erhöhen, wenn ihr mir jetzt bitte mein Schwert zurückgebt. Ich würde sagen, Aska macht das, dass er die Klinge zurückgibt. Weil, da weiter zu bohren, er möchte auf seine eigenen Profit versehen sein. Und da klingt nach mehr eigentlich gut. Ich danke euch von ganzem Herzen. Endlich ist der Zweihänder wieder bei mir. Und hier ist eure versprochene Bedohlung. Deutlich mehr, als ich zu Anfang gesagt habe. 5000 Fila, Schattenruhne, Spinnenschild und Lebensangehalten. Ja, so gefällt mir das. Danke nochmals für eure Hilfe. Ihr habt mir einen großen Gefallen getan. Na schön, dann lass uns weitergehen. 8.250 Punkte und Menschlichkeit gestiegen. Ich weiß nicht, warum meine Menschlichkeit gestiegen ist. Muss man mal gucken, wann ich das herausfinde. Was ich jetzt mal mache. Also hier hätte ich vielleicht auch vorher speichern können. Dann hätte ich mir diesen Branching Dialog mal angucken können. Aber was ich jetzt mal tun kann. Und das war dieser Trick, von dem ich gesprochen habe. Also es kann sein, dass es eine globale Variable gibt, die sagt. Sobald du das einmal geöffnet hast, kannst du das auch sozusagen, egal bei welchem Speicherstand du bist, diesen Beutel einmal geöffnet hast. Ist es egal, bei welchem Speicherstand du bist. Das wird sich nicht ändern. Aber wenn du den Beutel vorher öffnest, dann... Oder ich habe es ja jetzt absolviert, gespeichert. Ich habe die Belohnung schon. Also kann es mir egal sein, was in dieser Variable steht. Ist die Idee dahinter. Ich mache es jetzt mal auf. Benutzter blutiger Beutel mit... Okay. Äh, Asuka? So, mal schauen, was sie hier drin befindet. Du machst sie wirklich auf? Oh, doch. Das ist... Eine abgeschnittene Hand mit einem Ring am Finger. Was im Teufel soll das? Tja, diese Gothga will offenbar eine Botschaft überbringen. Ich vermute mal, der Vampir im Schlossfahrin kann mit dem Ring etwas anfangen. Was nun, Geliebter? Na, sowieso. Wie ich das sehe, haben wir zwei Optionen. Wir nehmen einfach den Ring und lassen es gut sein. Der Ring ist eindeutig magisch und wird sicherlich sehr nützlich sein. Oder? Oder wir überbringen den Beutel und schauen, wie sich die ganze Seite weiterentwickelt. Ich denke, das könnte auch spannend werden. Ich habe dem Ganzen nichts mehr zu tun. Wenn du musst, nimm den Ring und dann widmen wir ihn uns sinnvolleren Dingen. Ich nehme mal den Ring. Ring des Magiers halten. Der ist wirklich mächtig. Das hat sich gelohnt. Und diesen Beutel brauchen wir jetzt nicht mehr. Besser so, wer weiß, in was für einer Situation es der Beutel gebracht hätte. Leider bleibt somit auch offen, wie ihm eigentlich diese Hand gehört. Wenn ich da auf seine Hand aufpassen kann, hat er es auch nicht anders verdient. Es gibt deutlich weniger Erfahrungshilfe. Bitte stört mich nicht. Ich muss mich um wichtige Dinge kümmern. Die werden nichts, was euch angehen würde. Verstehe. Also wenn ich jetzt lade und ich gehe auf einen anderen Spielstand. Irgendwas, was weiter hervor ist. Oh, nein, nicht. Laden. That's it. Ich habe gehört, es hängt so ein bisschen davon ab, in welchem Level man ist, glaube ich. Was in dem Beutel drin ist. Das mal mit der Lane. Nein, okay. Das ist, also, scheinbar war dieses ganze Geseifer, was ich da gemacht habe, irrelevant. Das ist natürlich jetzt die spannende Frage, wenn ich den Ring nicht nehme. Genau, ganz genau. Ich will wissen, was es mit diesem Beutel auf sich hat. Fliegen wir zum Schloss, fahren wir und suchen diesen Vampir Guts. Ja, da bin ich mal gespannt, was wir noch für abgeschnitte Körperteile entdecken. So viel zum Thema. Der Inhalt löst sich beim Öffnen des Beutels auf. Wir dürfen uns wohl noch auf diverse andere Lügen hierbei gefasst machen. Okay, also ich verstehe, es gibt keinen Unterschied. Das soll es aber für diese Folge mal gewesen sein. Wir sind ja auch schon lange genug dabei. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr über Like und oder Abonnement nachdenkt. Und ja, wir sehen uns dann zur Folge... Wir sind bei Folge 10, oder? Dann sehen wir uns zur Folge 11. Ja, ich verspreche jetzt nochmal... Ich verspreche nichts, aber ich versuche jetzt wieder den regelmäßigen Upload-Rhythmus hinzubekommen, denn die Temperaturen sind in dieser Woche ordentlich gesunken und ich habe Zeit, mich dem ganzen Thema zu widmen. Daher ja, freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinschaltet und dann werden wir mal sehen. Vielleicht machen wir mit der Wayne Quest weiter, vielleicht gibt es weitere optionale Storys, die wir verfolgen. Das werden wir sehen. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018